Lärmchen machen ja genau machen wir für mich bringt das mehr Mieter aber egal also sag was ja gut dann machen wir den Flughafen und gibt so ein Rompferzentrum nein okay wir machen den Flughafen komm wir machen jetzt den Flughafen weil wir können das endlich machen also machen wir einen perfekten Flughafen gestartet ja ja so die ist hier aus dem Casino 1000 und wir machen noch Verluste eine Person ist schon im ganzen Casino erbohr also in der Spielhalle aber 27 Gäste sind da also die Leute die übernachten nein Tobis das ist ein bisschen wenig weil jetzt müssen da eben die ganzen Sachen geklärt werden so äh Achso ja Genehmigung genau ja dann kann ich gleich schon mal direkt ein Handelsdepot aufmachen das alles kauft und dann direkt dahin schickt ja ich schicke dir mal einen Müllwagen einen das ist ich hab dir einen Müllwagen geschickt Dankeschön kein Ding ich brauchst du gerade einen toll ich hab dir aber nur einen geschickt also nicht mehr ja 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 ich mach wieder 10.000 Gehirn boah das ist ein geiles Gebäude obwohl ich davon glaube ich schon 1 oder 2 haben wollte was kann ich denn hier machen damit die damit da mehr Leute hier hingehen so ich denke mal die da ist die Boden oh Gott das ist die Bodenverschmutzung richtig ekelhaft ich kann schon so eine Abwasserklärung da so brauchen aber die kann ich ja nur nicht bauen dank dir weil dann auch nicht genehmigt wurde so das soll ich jetzt aber eigentlich funktionieren aber funktioniert aber nicht hm kann die Bauern eine Theoritenkatastrophe an einem Tag zwei an kommende Touristen am Stadtflughafen boah immer wenn immer wenn ich auf den Flughafen klicke da kommt eine Stimme und ich denke da ist jemand in meinem Zimmermann voll geil das ist richtig behindert ja wenn du Kopfhörer auf hast dann ist das schon geil war ein Touristen mit 0 von 600 22 angekommene Touristen Juhuhu Müllwagen fahren mit Abfall in Hurenhallen Gewinne ein das heißt voll cool oh ich hier nur einen geschickt habe ja die ziehen sich gerade richtig viele Gebäude hoch ne bei mir bei mir sind schon alle oben achso ja zeitversetzt guck mal welchen Tag du überhaupt hast kann man nicht gibt es nicht bei mir ist Oktober im Jahr 1 ich kann auch sagen weil bei mir gerade mal November ist ich wünsche ich erziehen sie mit Casinos insgesamt 200.000 an Einkommen ja so kann das nicht sein Paul ja du kannst ja nicht vor mir sein bin ich ja auch nicht Paul ja ok tut mir leid ich habe mich ja wieder versteht kann ja mal fortkommen oder fehlen das Wasser voll viele Gebäude wegen das Wasser müsste ich schließen man die die vor und die 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 zack und noch ein bisschen was für die Reichen noch zum Spielen und vielleicht noch ein bisschen was für die Reichen kostet ja nix jetzt haben wir da natürlich auch noch ein paar Reiche Leute zu Glück wünschen 121.000 haben wir schon, das heißt wir bezahlen jetzt einen Kredit ab da bringt gar nix ich könnte mir nur 3.000 Gewinn machen aber heute versuche ich ein Profi-Stadion zu füllen das hat 15.000 Besucher boah wenn das daneben geht Gott man, da hab ich mich richtig verschissen Alter das ist ja richtig behindert da will ich mich richtig drauf bringen mal eben so hundertfünf du kannst mir ja Geld schicken wenn du so viel Geld hast ja Paul leider muss ich den ganzen Flughafen bezahlen du Spasti das ist ja nicht rum du kannst mir trotzdem Geld schicken du kannst mir trotzdem Geld schicken wie sieht denn hier wie sieht denn hier ja die können hier mal aufsteigen die Gebäude obwohl die sind direkt hinter der Schule ja die können hier mal aufsteigen so jetzt können wir das hier machen zack hat genau gepost veranschaltung klar eine Monster Truck Rallye und dann ich habe heute für die Veranstaltung um 20 Uhr boah bitte lass da genug Leute hingehen äh bitte wieso habe ich immer noch nur einen Besucher im November wo steht denn hier Obdachlosen wo steht denn hier Obdachlosen da habe ich irgendwo Obdachlosen wohl obwohl ich will gar keine Oberschicht eigentlich wenn ich zu viel Oberschicht habe dann äh und da läuft dann Leute hin weil es nur für Mittwochschicht und Unterschicht so eigentlich gedacht aber ich würde sagen wir machen jetzt gleich auch nochmal Pause so ein bisschen äh jo die Kriminalität ist schlecht fürs Geschäft pfff was für Kriminalität ja als ob es in Paulstadt Kriminalität gibt ja 26 Verbrecher pro Tag und 21 Festnahmen also wenn man was da jemand was sagen oh ich habe ja nun mal 4 äh 4 Einsatzlagen ob es denn diese schlaue Mitbürger hast weißt du die kriegen dann einfach gepacken die Leute festzunehmen das sieht bestimmt geil aus nachher das Gebäude das sieht bestimmt geil aus nachher das Gebäude jetzt war ich wieder 11.000 das liegt bestimmt an dem Ding hier ne vielleicht schwache Besucherzahl ja vielleicht könnte ich ja heute neue gewinnen neue äh gewünfer machen ja auf jeden Fall ey ich brauch unbedingt neue äh ein neues super Ding hier Mangel an Arbeiter was sieht ungebete aus kein Thema machen weil doch aber erst dann wollte ich hier so ich baue einfach mal so ein Washington Monument das kostet nur 50.000 oder so das kostet nur 50.000 oder so oder so was ist das denn hä Touristenattraktion ist das hm welche Touristen da steht nur mittlere Touristenattraktion ja ich packe jetzt einfach da hin und dann macht das bestimmt wirklich so bis jetzt hat schon 500 äh 560 500 90 600 620 630 648 65 681 999 775 570 733 759 781 929 950 954 980 950 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 aber wie viel machen wir jetzt gewinnen? Boah, schon 2300 Leute da drin und jetzt mache ich noch 100.000 Verlust Wie die Fahrtstellung hat begonnen? Ne, es gab immer 14 Uhr, ihr labert scheiße hier Pöö, ihr habt mir schon, weil da sind jetzt schon Scheinwerfer und so'n Kram an, ne und ich hab gedacht, ich bring da scheiße auch schon an Ich kann mir nicht sagen, dass die hier alle überlastet sind Oh Gott, jetzt haben wir schon 4000 Besucher, Mann Ja, Mann, das wird ein Erfolg Das wird ein verfickter Erfolg Ich hab das verdammt nochmal im Blut So muss das, ach so Ja, ich kann endlich so ne dumme Bürgermeister-Villa bauen Das ist ja für ein Schwachsinn Ich bin so'n Idiot Was denn? Okay, ist nicht gerade mal soviel schräg Ich hab da grad bisschen gewinnen gebofft Ja, Mann, ich mach gewinnen, ich mach gewinnen, ich mach gewinnen Und wieviel Uhr ist bei dir? 17 Uhr 42 Also hab ich nur drei verfickte Stunden Zeit Das wird ein richtig richtiger Erfolg, Mann Ja Ja, hast du nicht gedacht? Nee, hast du gedacht, der Paul verkackt wieder, ne? Ja, wie die beiden Maler davor natürlich Ja, war auch ne Opa Ich wusste nicht, dass da nur ein Ultrareich Reiche reingeht Jetzt beginnt dann wieder Suche oder verlassen Gebäude Da! Alter, ja, Mann Auszahlung 59.000 Das ist ja nicht soviel, aber ist egal Ja 60.000 60.700 60.900 61.000 62.000 Nee 68.000 Junge, 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 Junge Richtig gut Heute ist ein richtig guter Tag In der Stadtgeschichte Ja, Mann Und ich kann endlich das Scheiß Äh, die Scheiß Äh, die Blöde Spielzentrale bauen, ey Boah, ich glaub, ich weiß nicht Die ganze Industrie scheiße hier ab Die versauten mir mein Äh, den hier Äh, den hier Äh, den hier Äh, den hier Äh, das ist echt übertrieben Wie die die verschmutzen Kannst du nicht so eine fette Kläranlage bauen? Ich Ja Ja, kann ich machen Also ich hab ne Kläranlage Soll ich hier ein bisschen ausbauen, damit ich ein bisschen von ihr übernehmen kann? Ja, wäre cool Wie viel brauchst du? Äh 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 Also ich hab 150 Überschuss Bei mir steht das Null Überschuss ist in der Region Ja Also ich kauf von dir auch wahrscheinlich ein bisschen Auch wahrscheinlich ein bisschen Acht Kilo durch der Pause Mach das Ja Ja Ich mach 106.000 Gewinn Mit dem komischen Fußballstadion jetzt Das ist richtig gut Das heißt gleich hab ich 150.000 plus 106.000 Das ist viel Geld Das ist viel Geld Hehehe Ich mach mir jetzt überhaupt ein Ausgangschen Hehehe Wuhuuu Die Fahnenstaltung ist vorbei Hier gibt mir da die Kohle Wir gucken mal dann die Kohle.